Köln, Brasilien, seit ihrer Teilnahme an der International-Variante von Bauer sucht Frau führen Ulrike, 57, und Heiko, 56, eine Fernbeziehung, eine harte Belastungsprobe für die junge Liebe. Ein trauriges Update versetzt die Fans jetzt in Alarmbereitschaft. Erst kürzlich hatten sich die beiden in Deutschland eine schöne Zeit gemacht. Gemeinsam mit Heiko klapperte die Brasilien-Auswanderin dabei nicht nur dessen Familie in Bayern ab, sondern auch ihre eigene im Osten der Republik. Inzwischen sind die 57-Jährige und der gelernte Metzger wieder in ihren jeweiligen Alltag zurückgekehrt und damit satte 9000 Kilometer voneinander entfernt. Für Ulrike ist dieser Umstand nur sehr schwer zu ertragen. Ein aktuelles Instagram-Foto zeigt sie konzentriert bei der Kaffeeernte. Immer schön mit Arbeit ablenken, damit man sich nicht so alleine fühlt, schreibt sie spürbar traurig zu dem Schnappschuss. In den Kommentaren unter dem Beitrag sprechen ihr viele Follower Mut zu und drücken die Daumen, dass es schon ganz bald zu einem Wiedersehen mit Heiko kommt. Ihr seid mit Abstand das süßeste Paar, so der Tenor. Kosten für internationalen Umzug sprengen den Rahmen die Pläne für eine gemeinsame Zukunft sind längst geschmiedet. Ulrike möchte den sympathischen Kemptener unbedingt zu sich auf ihre Eukalyptus-Farm nach Südamerika holen. Aktuell liegt der Umzug jedoch auf Eis. Und das hat seine Gründe. Auf meinem Hof ist ein Umbau im Gange, damit Heiko hier sich auch beschäftigen kann, denn er will mir nicht auf der Tasche liegen und auch nicht faul rumsitzen, offenbart Ulrike im Gespräch mit dem Online-Portal ok-magazin.de. Als wesentlich größerer Hemmschuh entpuppen sich jedoch die finanziellen Rücklagen der beiden. Heiko stellt diesbezüglich klar, so ein internationaler Umzug ist mit diversen, unvorhergesehenen Kosten verbunden, die im Moment meinen Rahmen sprengen. Ein Happy End der märchenhaften Love Story ist also vorerst noch in der Schwebe. Zu allem Überfluss plagt Ulrike derzeit gleich doppelter Herzschmerz. Zum einen ist Heiko nicht da, zum anderen kehrte auch eine ihrer drei Katzen nicht mehr heim.